Hallo, willkommen zurück bei KEMSYS Basic Training. In dem jetzigen Video werden wir euch zeigen, oder eher gesagt, ich werde euch zeigen, wie man Cues editiert. Wir wissen jetzt, wie man Cues speichert, wie man Zeit vergibt und nun möchten wir Cues editieren. Wir haben in KEMSYS mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Die erste Möglichkeit ist, wir inkludieren einen Cue, also wir include Cue in ein Programmer, laden ihn in den Programmer am Ende und das läuft folgendermaßen. Ich nehme mal hier diesen Beam Tilt Cue Stack, der momentan weiß, einfach weiß ist. Ich kann nun die Taste include drücken, hier, und dann auf den Playback. Nun habe ich diesen Cue in den Programmer hereingeladen. Nun kann ich ganz einfach sagen, ich möchte, dass der Cue Stack eine andere Farbe hat, also sage ich ihm, ich möchte, dass du grün bist. Okay, nun habe ich die Lampen grün eingefärbt und ihr seht hier, sobald ich einen Cue in den Programmer hineinlade, dann bekommt das Update, der Update-Button bekommt dann eine Funktionalität. Das heißt, er leuchtet und sobald ich Update gedrückt habe, ist der Cue upgedatet. Ich cleare meinen Programmer wieder, sehe hier auch mein Snapshot, hat sich in grün verändert und wenn ich diesen nun hochfahre, sind die Lampen grün und nicht mehr weiß. Was nun, wenn ich einen Cue Stack habe, wie zum Beispiel hier diesen Spot-Cue Stack, da habe ich vier verschiedene Cues hineingelegt und ich möchte nun einfach hier den zweiten Cue bearbeiten, ohne großes ohne große Anstrengung. Ich kann das einmal so machen, dass ich sage, include in diese Cue-Liste hinein, dann hole ich mir den zweiten Cue in den Programmer. Ich kann das aber auch direkt so machen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach nur drauf bin und ich bin in einem anderen Fenster, ich sage einfach mal, ich gehe mal hier in mein Layout-Fenster 1, dann kann ich das jetzt auch so machen, dass ich sage, include und dann drücke ich zum Beispiel die 2, das heißt Cue Nummer 2 und drücke dann hier auf den S-Button und schon sagt die Konsole mir hier unten, ich habe Cue 2 in den Programmer geladen und kann diesen nun jetzt verändern. Das heißt, okay, ich mache die Lampen jetzt zum Beispiel rot, mache ein Update, cleare das Ganze und schon habe ich Cue Nummer 2 verändert und die Lampen sind rot. Das ist die eine Seite, die eine Geschichte, wie ich ein Cue editieren kann. Das zweite ist, ich habe hier eine PC-Wing, diese PC-Wing habe ich hier stehen, da ich für die nächste Geschichte einen Hardware-Button benötige. Es besteht die Möglichkeit, dass ich mir einfach irgendetwas ändern kann, hier zum Beispiel, ich sage hier einfach so diese Beams hinten, Add Full, Enter, dass ich, Entschuldigung, nicht die Beams, sondern die Washer, mache die Washer, setze die Washer vielleicht auch noch hier in so ein Fanout, damit ihr das auch wirklich seht und dann kann ich einfach den S-Button, also den S-Button auf der PC-Wing oder eben dann auf der Konsole gedrückt halten und dann die Taste Record drücken. Das heißt, in dem Moment, wenn ich nun sage, S-Record, dann programmiere ich, ihr seht, es springt hier um, dann habe ich hier jetzt dieses Zusatzding in den ersten Cue gemerged. Das heißt, ich kliere wieder meinen Programmer, nun habe ich hier meine Washlights mit in den ersten Cue gemerged, obwohl ich vorhin in einem ganz anderen Cue stand. Auch hier ist es so, dass immer der erste Cue genommen wird, solange ich nichts eingebe. Wenn ich jetzt die Washer nehme und sage dann wieder Add Full, damit ich was im Programmer habe und setze die nach hinten und jetzt sage ich Cue Nummer 2, das heißt, ich gebe hier einfach die 2 an, drücke wieder S-Record, dann habe ich, wie ihr hier seht unten, diese Washlights in der neuen Position in den zweiten Cue gemerged. Auch hier kliere ich meinen Programmer und zeige euch Cue 1 und Cue 2. Eine weitere Möglichkeit ist das Hinzufügen von Attributen oder auch das Entfernen von Attributen über Shortcuts oder eben auch über eine Rekordoption, die ich euch nun noch zeigen werde, um schnell Sachen in einem gesamten Cue-Stack zu verändern oder auch in mehreren Cues auch zu entfernen. Das funktioniert folgendermaßen, ich zeige euch das jetzt hier mit der Rekordoption und erkläre euch den Shortcut. Wenn ich jetzt hier wieder diesen Cue-Stack habe, der Cue-Stack im Moment ist halt so, wir haben die Spots alle sehr farbig, ja, dann kann ich folgendes machen, ich wähle meine Spots jetzt an und sage, ich möchte diese Spots in weiß haben. Nun sind die Spots im Programmer in weiß, das heißt, wenn ich in den Programmer hineingehe, sehe ich hier einfach nur weiß, ja, ich habe alle Farbinformationen für die Farbe weiß. Okay, nun gibt es einen Shortcut, der nennt sich Plus-Record, ja, ich kann das auf dem Laptop nicht so genau zeigen, das ist ein Shortcut für die Konsole, aber ihr habt natürlich auch in der Software die Möglichkeit, dies zu tun. Und da geht ihr einfach in die Rekordoptions, das geht mit Shift-Record und ihr seht jetzt die Rekordoptions. Hier in den Rekordoptions habe ich oben die Möglichkeit to Rekord Merge, ja, or Rekord Remove. Wenn ich Rekord Merge drücke und drücke danach auf einen Cue-Stack, dann fragt mich die Konsole, das ist das gleiche wie wenn ich Plus-Record benutze, ob ich den aktuellen Cue Nummer 1 oder den gesamten Cue-Stack verändern will. Wenn ich hier auf Entire Cue-Stack gehe, dann ändere ich nun die Farbe der Spots im gesamten Cue-Stack. So, da gehe ich hier rein und sage ich okay, clear und wir gucken uns das Ganze einmal an. Eins, zwei, drei, vier. Viertens sind sie aus, da waren sie nicht drin, in allen anderen sind sie jetzt weiß. Sie wären jetzt auch hier weiß, nur ist der Dimmer natürlich ausgeschaltet. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt gebe ich zum Beispiel ein, dass ich möchte irgendetwas entfernen, also ein Minus-Rekord machen. Im Theater sehr beliebt. Dann kann ich das genau umgekehrt machen. Ich nehme jetzt hier diese Beam Wash und setze den Dimmer auf Null. Und nun, oder auch Full ist egal. Und nun gehe ich wieder rein in mein Shift-Record und sage Record Remove. Drücke wieder meinen Cue-Stack. Er fragt mich. Ich sage ihm jetzt den Entire Cue-Stack. Und nun habe ich eben den Wert des Dimmers aus dem gesamten Cue-Stack entfernt. Genau so könnt ihr das auch tun, indem ihr vorher wieder sagt, ihr gebt nur eine Cue-Nummer ein, zum Beispiel zwei, dann passiert dies nur in Cue zwei. Ihr könnt auch sagen, Cue zwei plus vier plus sechs. Dann macht er es in Cue zwei, vier und sechs. Oder ihr sagt von Cue zwei bis Cue fünf. Dann passiert diese Änderung von Cue zwei bis Cue fünf. Dies gilt für alle Optionen, die ich euch gezeigt habe. Und so könnt ihr schnell eure Cues, eure einzelnen Cues und auch eure Cue-Stacks verändern und weitermachen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Video. Ciao.